In diesem Video geht es um, wartet, ich habe es nur noch notiert, etwas Schönes, etwas Nützliches und es soll Glück bringen. Das ist völlig klar. Es geht um mich. Nein, natürlich nicht. Es geht in diesem Video um den Marienkäfer. Hi, ich grüße euch. Willkommen zu meinem neuen Video. Genau, es geht um den Marienkäfer. Was es mit dieser Kulisse hier, dieser Fensterfront auf sich hat, dazu gleich noch mehr. Kleiner Spoiler schon mal. In diesem Raum hier, ich will nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben, sind Schrägstrich Waren Tausende von Marienkäfern. Das habe ich, möchte ich zum Anlass nehmen, über den Marienkäfer zu sprechen. Bevor wir uns hier jetzt Marienkäfer anschauen und warum ich bei mir zu Hause eine sogenannte Marienkäfer-Auffangstation eingerichtet habe, für euch jetzt erstmal wichtige, aber auch wirklich interessante Informationen zu diesem tollen Insekt, eben dem Marienkäfer. Auch wenn ich es mir kaum vorstellen kann, dass jemand einen Marienkäfer nicht kennt oder noch keinen gesehen hat, Marienkäfer gehören zu den Käfern, genauer gesagt zu den flugfähigen Käfern, sind eher kleinere Insekten, aber ich möchte mal behaupten, sicherlich einer der beliebtesten Insekten. Das prägnanteste Merkmal vom Marienkäfer ist sicherlich sein Aussehen, seine Form, die halbkugelige Form und die auffälligen Punkte, die er auf dem Körper, auf dem Rücken hinten hat und natürlich die Farbe, die meisten kennen ihn, wahrscheinlich rot. Bei uns hier in Deutschland gibt es so circa 200 bis 300 verschiedene Arten von Marienkäfern. Weltweit betrachtet sind es aber dann doch tatsächlich über 5000 verschiedene Arten. Vom Gewicht ist er ein richtiges Leichtgewicht, er wiegt gerade mal circa 1 Gramm im Schnitt und ist so circa 5 bis 8 Millimeter groß. Wo leben Marienkäfer denn eigentlich? Sie leben bei uns natürlich, wir kennen sie in Deutschland, Europa, Afrika, Asien, Amerika, Australien. Generell mag erst warm, das heißt umso kälter die Gegenden, umso weniger Marienkäfer gibt es an diesen Örtlichkeiten. Am meisten findet man die Marienkäfer natürlich draußen in der Natur, Wälder, Wiesen, Moore auf Heiden und natürlich in unseren heimischen Gärten sieht man sie auch sehr oft und dann kann man sich wirklich glücklich schätzen, dazu später aber auch noch mehr. Wer von uns hat es als Kind nicht getan, die Punkte des Marienkäfers auf seinem Rücken gezählt? Wir haben ja mal gesagt, so viele Punkte drauf sind, so alt ist auch der Marienkäfer. Stimmt das denn eigentlich? Nein, tatsächlich nicht, das ist nur ein Mythos, denn die Punkte sagen gar nichts über das Alter aus, sondern vielmehr über die Art des Marienkäfers. Zu unseren heimischen Marienkäfern gehört vor allem der 7-Punkt-Marienkäfer, wie eben gesagt, der hat dann eben 7 Punkte hinten auf dem Rücken drauf und es gibt auch asiatische Marienkäfer, die haben dann sogar 19 Punkte. Also diese Punkteanzahl ist unter anderem ein gutes Erkennungsmerkmal, um die verschiedenen Arten auseinanderhalten zu können. Wer sich jetzt fragt, was kann so ein Marienkäfer, was macht er in der Stunde an Geschwindigkeit vielleicht? Ich habe es ja eben gesagt, er ist tierisch leicht. Sie können tatsächlich, wenn sie fliegen, 60 kmh schnell werden und wenn er Rückenwind hat, der Kleine, da kann er sogar 120 kmh schnell werden. Das ist ganz schön beachtlich, möchte ich mal behaupten. Natürlich ist es aber so, aufgrund der kleinen Flügel der Marienkäfer können sie nicht so weite Strecken zurücklegen. Sie lassen sich dann schon wirklich sehr gerne vom Wind tragen, um eben Kraft und Energie zu sparen. Neben dessen, dass der Marienkäfer allseits als Glücksbringer bekannt ist, wer kennt es nicht, wenn man was geschenkt kriegt zu Neujahr oder sonst irgendwas, was Glück bringen soll, es ist eigentlich tatsächlich immer ein Marienkäfer dabei und wir sehen es ja später hier noch in dem Raum, ich muss hier tatsächlich wirklich wohl eine Menge Glück zukünftig haben, denn hier sind wirklich viele Marienkäfer. Der Marienkäfer ist aber eben nicht nur ein Glücksbringer, sondern vielmehr eines der wichtigsten Insekten im Bereich der Nützlinge, denn ihr könnt mir glauben, er vertilgt so einiges an Schädlingen im Garten, nämlich vor allem Blattläuse und kleinere Milben. Von den Blattläusen vertilgt so ein ausgewachsener Marienkäfer gerne mal 50 bis 150 Stück am Tag und seine Larven in der Wachstumszeit der Larve, das sind so drei bis vier Wochen, bis es ein richtiger Marienkäfer ist, sogar bis zu 600 Stück. Also die haben echt Hunger und die hauen einiges weg. Um zu verstehen, wie viel so eine Population von Marienkäfern in eurem Garten allein aus nützlicher Sicht zum Beispiel eben Blattläuse vertilgen kann, schauen wir mal, was die eigentlich an Nachkommen haben in einem Jahr. So ein Marienkäferweibchen legt in ihrem Leben bis zu 400 Eier. Nebenbei bemerkt, so ein Marienkäfer wird ungefähr maximal ein Jahr circa alt. Die Eier, die sind ganz winzig, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, die kann man nämlich tatsächlich sogar auch kaufen. Die sind so gelblich, sind so ein paar, ja, so ein Millimeter, ein bis zwei Millimeter groß und die Weibchen legen die an die Blattunterseiten. Das heißt, wenn ihr sowas mal bei euch im Garten seht, denkt nicht, das ist ein Pilz oder irgendwas und macht es weg, um Gottes Willen. Das sind Marienkäferlarven, lasst die da auf jeden Fall. Die kann man kaufen, habe ich auch schon oft gemacht und dann könnt ihr die bei euch ausbringen, eben an die Pflanzen, wo ihr Blattläuse im Garten habt. Das sind meistens so kleine Papierstreifen, wo ihr die kriegt. Oftmals, wenn ihr die nach Hause geschickt kriegt, sind sogar schon geschlüpfte Larven dabei, nicht nur die Eier, also die Eier kann man vor allem kaufen. Die bringt ihr, wie gesagt, an die Pflanze an und dann schlüpfen da eben dann die Larven, die vertilgen in großen Mengen, wie eben gesagt, die Schädlinge, die Läuse und irgendwann verpuppen die sich und dann kommen dann natürlich auch wieder Marienkäfer raus. Bis zum Marienkäfer dann, also vom Ei bis zum erwachsenen Insekt, das vonstatten gegangen ist, vergehen so ungefähr 30 bis 60 Tage. Und ich empfehle euch wirklich, besorgt euch mal solche Marienkäfer-Eier, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und beobachtet das dann mal im Garten, wenn aus den Eiern die Larven schlüpfen und die Larven, also ich persönlich, ich finde sie saukool. Die sehen aus wie so ganz kleine Dinosaurier oder kleine Drachen und dann tapsen die auf den Pflanzen rum und gehen eben die Läuse an. Also super faszinierend und ich habe es sogar mal gesehen, ich glaube auf Amazon gibt es, glaube ich, sogar extra für Kinder solche Bestell-Sets, also das kauft ihr als Eltern dann natürlich, wo alles dabei ist. Theoretisch auch irgendwie so eine Art Brutkasten oder irgendwas, glaube ich, für die Marienkäfer, wo eben dann eure Kids beobachten können, wie das vom Ei über einen Schlupf, Larve bis zum Marienkäfer geht. Das habe ich mir selbst noch nicht geholt, aber wenn ihr es für Kinder extra haben wollt, könnt ihr sowas vielleicht ja auch mal euch besorgen. Generell aber reichen natürlich auch die Eier für den Garten. Also ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung, wenn ich die Dinger noch finde. Es ist wirklich super cool und also ich habe jedes Jahr einen riesen Spaß an der Geschichte. Also ihr könnt euch jetzt ja gerne mal einen Taschenrechner, einen Stift nehmen. Ein Marienkäfer legt ungefähr ein Jahr, ein Weibchen legt ungefähr 400 Eier, eine Larve in der Wachstumszeit verputzt 600 Läuse, ein erwachsener Marienkäfer zwischen 50 und 100 bis 150 Läuse am Tag. Könnt ihr euch ja gerne mal ausrechnen, was meinetwegen 10 Marienkäfer Erwachsene, bis sie eben erwachsen sind und während ihres Lebens alles an Läusen verputzen. Und glaubt mir, wenn ihr einen schönen, nützlingsgerechten, naturfreudigen Garten habt, dann habt ihr weitaus mehr wie 10 Marienkäfer im Garten. Ja, ich habe es eben schon gesagt, wahrscheinlich auch mehr wie 100. Also das sind Populationen, vergesst die ganze Schädlingsbekämpfung, die schädliche gegen Läuse, lasst es bleiben. Habt ein bisschen Geduld, weil die Marienkäfer und die Larven kommen tatsächlich erst, wenn die Läuse schon längst an den Pflanzen sind. Also da denke ich auch oft, oh Gott, um Himmels Willen, hoffentlich schafft es die Pflanze, weil da ist alles schwarz voller Läuse. Die Marienkäfer sind dann noch, sage ich mal, in den Startlöchern, noch nicht so ganz aus dem Winterschlaf erwacht. Aber glaubt mir, die kommen wie eine Armee und machen die Läuse platt. Das geht rasend schnell. Den Marienkäfer, den gibt es tatsächlich nicht nur in Rot, darunter kennt man ihn am meisten natürlich. Ihr werdet es gleich auch mal sehen, wenn wir uns welche angucken. Es gibt ganz viele verschiedene Farbgebungen. Also es gibt es wirklich in sämtlichen Rottönen, Abstufungen, Braun. Es gibt sie sogar in Schwarz, in Gelb. Also es gibt unheimlich viele Marienkäferfarben. Bei uns hier so in Deutschland sieht man sie tatsächlich meistens in irgendwelchen Rot-Strich-Braun-Tönen. Oder eben Schwarz sehe ich auch sehr häufig bei uns. Der bekannteste ist, wie gesagt, der Siebenpunkt-Marienkäfer. Und was aber bei uns in Deutschland bzw. Europa immer mehr kommt, ist der asiatische Marienkäfer. Das Hauptunterscheidungsmerkmal zu unserem Siebenpunkt-Marienkäfer, der eben, wie der Name sagt, sieben Punkte hat, sind beim asiatischen die 19 Punkte, die er hat. Also da kann man ganz klar unterscheiden, wenn ihr einen Marienkäfer seht mit ganz wenig Punkten, ist es wahrscheinlich ein Siebenpunkt-Marienkäfer. Und wenn einer mit ganz, ganz vielen Punkten ist, dann ist es eher ein asiatischer. Man sagt so ein bisschen, der asiatische sei sehr invasiv. Das heißt, er ist hier irgendwann hergekommen und vermehrt sich hier auch sehr freudig. Und das hört sich jetzt erst mal gut an, weil Marienkäfer sind ja gut. Die Problematik, die man dahinter sieht, als er unseren heimischen, sprich den Siebenpunkt-Marienkäfer, ziemlich vertreibt. Denn der asiatische Marienkäfer hat noch mehr Hunger als unsere. Also die Zahl, die ich euch vorhin gesagt habe, war für unseren Siebenpunkt-Marienkäfer. Der asiatische hat noch mehr Kohldampf. Man sieht es auch, die sind so ein bisschen noch kugeliger und kräftiger. Die putzen noch mehr weg. Die vermehren sich noch schneller. Also noch mehr, wie ich vorhin bei unserem gesagt habe. Und sie sind tatsächlich auch viel robuster. Also sprich, halten mehr Kälte aus und halten auch mehr Umwelteinflüsse aus. Generell auf Fraßfeinden und so. Also die sind so ein bisschen rabiater drauf und verdrängen, so sagt man zumindest so ein bisschen, unseren einheimischen Marienkäfer. Der Marienkäfer ist aber nicht nur sehr nützlich, super schön und richtig cool, sondern er ist auch richtig schlau. Denn gegen seine Fraßfeinde oder generell gegen Feinde in der Natur, weiß er sich nämlich auch zu helfen. Erstens mal seine prägnante Farbe. Rot heißt in der Natur draußen schon mal für alle Fraßfeinde. Oh Gott, Rot, da müssen wir aufpassen. Da dürfen wir nicht ran. Also Vögel, die einen Marienkäfer gegessen haben, die essen den einmal. Danach, demselben können sie natürlich nicht mehr essen. Aber die essen in Zukunft wahrscheinlich eher keinen Marienkäfer mehr. Denn die wissen sich natürlich auch neben der Farbe noch zu schützen. Zum einen können sie sich auf jeden Fall totstellen. Das mag den Vogel recht wenig interessieren. Die Ameise aber vielleicht schon. Aber sie sonnen vor allem, wenn sie sich in Gefahr sehen, so eine leicht gelbliche Flüssigkeit ab. Und zwar aus ihrem Kniegelenk-Kopf. Auch sehr interessant. Das merkt man auch, wenn man einen Marienkäfer mit einem Blatt Papier im Weißen zum Beispiel am Fenster so einsammeln will und den nach draußen bringen will. Dann sieht man auf dem Blatt Papier oftmals so gelbliche Flecken und denkt sich dann, oh Gott, nein, ich habe den armen Kleinen verletzt. Nein, habt ihr nicht. Er hat dann einfach nur gesagt, hey, lass mich in Ruhe. Und hat aus seinem Kniegelenk hier immer ordentlich von seinem, ja, Gift ist es nicht, aber von der Abwehrflüssigkeit abgegeben. Sind Marienkäfer für uns Menschen denn eigentlich jetzt dadurch gefährlich? Diese Flüssigkeit, nein, auf keinen Fall. Können Marienkäfer beißen? Manche Arten tatsächlich ja. Also ich habe es wirklich auch schon selbst erlebt. Ich lasse die auch immer auf mir rumkrabbeln, wenn ich im Garten bin oder auch jetzt, wo ich hier sitze. Da fliegt immer mal einer an. Und ich habe es schon öfters mal erlebt. Eher eine Seltenheit. Aber es kommt immer wieder vor, dass ich einer sitzen hatte und dachte, ach, huch, was hat denn der jetzt gemacht? Und dann hat er mich gezwickt. Also die beißen tatsächlich. Stechen können sie natürlich nicht. Aber manche beißen, wenn sie sich bedroht fühlen. Und das tut nicht richtig weh. Also zum Beispiel, wenn einem eine Ameise beißt, wobei die nicht beißen, die pinkeln einem ja an. Also nur mal als Vergleich, das brennt ja ziemlich. Und so ein Marienkäfer, das ist so ein ganz, ganz leichtes Zwicken irgendwie. Also nicht schlimm, aber sie können tatsächlich beißen, wenn sie wollen. Und jetzt machen wir den Schwenker, kommen wir tatsächlich zu der Thematik hier, warum wir hier in dem Raum sind. Denn abschließend, wie überwintern Marienkäfer denn tatsächlich? Und das tun die hier tatsächlich. Marienkäfer überwintern nämlich gerne in Gruppen. Also die erwachsenen Tiere, die horten sich so zusammen, wie so eine Art Herde und überwintern dann in solchen Gruppen. Eben in Stein, in irgendwelchen Totholz oder in Laub. Oder eben, wir Menschen sind ja überall, wenn hier alte Häuser sind, Fensterrahmen, kaputtes Mauerwerk oder alles, wo irgendwelche Ritzen sind, wo die Kälte, sage ich mal, so ein bisschen Einhalt gewährt dann, da kommen die dann wirklich in Gruppen unter und überwintern da. Und Leute, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar sind wir hier in meiner Firma mal wieder. Und hier sind wir, wie man sieht, im Dachgeschoss. Und der Raum wird von uns noch nicht wirklich komplett genutzt. Da baue ich mir so nach und nach vielleicht so ein bisschen einen kleinen Fitnessraum auf. Aber darum geht es nicht, sondern es geht jetzt um diese Fensterfront hier. In dem Raum ist normal recht kühl, aber natürlich steht der Frühling vor der Tür. Es wird so langsam ein bisschen wärmer. Und da kommt bei den Marienkäfern eben auch ein bisschen Bewegung rein. Diese Fenster sind vorwiegend ältere Fenster. Das sind Holzfenster und die sind ein bisschen verzogen. Und da haben sich die Marienkäfer eingefunden. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, will sie aber nicht stören. Ich möchte euch nur mal kurz erklären, warum das hier ein Problem ist. Und zwar seht ihr, wie hier immer mal wieder Marienkäfer liegen oder auch rumkrabbeln. Der hier ist noch aktiv, die da aber rechts liegen, die nicht mehr so, sprich die leben nicht mehr. Und so wie hier auf der Fensterbank haben wir das dann eben verteilt. Hier im ganzen Raum, auf jeder Fensterbank, ihr könnt sie erkennen. Aber eben auch viel auf dem Boden hier, dass die Marienkäfer dann hier drin sterben. Da ich es natürlich mega schade fand, weil ich liebe Marienkäfer, habe ich mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Vor allem, warum die hier drin sterben. Ich dachte, okay, hier drin ist warm. Das ist ja für die ganz angenehm. Aber dann habe ich eben herausgefunden, dass wenn Marienkäfer sozusagen im Winterschlaf, in der Winterstarre sind und die dann an warme Stellen kommen, weil eben mal wärmer ist oder Heizung läuft oder so, und die dann nicht mehr dahin finden, wo kühler ist, sprich in ihr Winterquartier, dann sterben sie tatsächlich. Also sprich, man soll Marienkäfer im Winter, wenn sie dann in der Wohnung plötzlich sind und rumkrabbeln, wieder nach draußen bringen. So, wenn ich die jetzt aber nach draußen bringe und wir hier nachts eben noch minus 10 Grad haben, dann gehen sie in dem Moment ja kaputt, weil so schnell finden die natürlich kein Versteck, wo sie sich wieder so ein bisschen muckelig einwintern können. Also habe ich mir überlegt, was machst du? Hier drin sterben sie, das will ich nicht. Und dann habe ich eben tatsächlich eine Schildkröten-Auffangstation gebaut. Das habe ich auch in meinem letzten Gartenrundgang Februar, Video verlinke ich euch da oben, euch ja schon mal so ein bisschen angezeigt, was ich da gebaut habe. Das schauen wir uns später aber nochmal im Detail an. Man sieht sie eben überall rumkrabbeln, an den Fensterrahmen, an den Fenstern, das lässt sich natürlich schlecht scharf stellen, auf der Fensterbank. Das waren auch tatsächlich mal deutlich mehr. Es ist natürlich so, jetzt wo der Frühling langsam kommt, die hauen ja nicht nur Richtung hier ab, also in die Wohnung rein, sondern eben nach draußen. So soll es ja auch sein. Hier oben kann man so ein bisschen die Gruppenbildung auch erkennen, wobei das noch recht klein ist. Ich glaube mir, ich habe da schon handflächengroße Gruppen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die euch jetzt noch zeigen kann. Wie gesagt, es minimiert sich, aber guck mal, hier sehe ich gerade, hier ist sogar ein schwarzer Marienkäfer mit roten Punkten. Hier habe ich jetzt mal vorsichtig ein Fenster aufgemacht. Jetzt schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so gut rüberkommt. Das ist aber Wahnsinn, wie viele Marienkäfer das sind. Und ihr könnt hier schauen, in allen Ritzen sind die drin. Ich beeile mich jetzt hier, denn zu lange soll ich das Fenster nicht offen lassen. Da haben wir welche. Hier auch noch ganz viele verschiedene Arten an der Stelle auch. Und das ist jetzt ein Fenster. Und ihr seht, schwupps, sind auf der Fensterbank auch wieder richtig viele. Jetzt hängt er vielleicht, du Arsch, warum machst du das Fenster auf? Ich muss hier tatsächlich sowieso öfters lüften. Ich mache immer dasselbe Fenster auf, dass ich sie nicht alle störe. Aber hier machen wir jetzt schnell wieder langsam zu. Ich lege euch aber mal kurz zur Seite, weil ich mache sie dann immer an den Fensterrahmen weg, wo sie krabbeln, dass ich sie nicht zerquetsche. Kleinen Moment. Und jetzt zeige ich euch, was ich mache, dass die Marienkäfer mir hier nicht kaputt gehen hier drin. Das mache ich tatsächlich jeden Tag. Und zwar nicht nur in dem Raum, sondern auch in anderen Räumen sitzen in den Fenstern. Also ich sammle alles, was hier rumläuft, dann an Marienkäfer ein und tue die hier in diese kleine Box. Das ist so eine kleine Terrarienbox. Da kommen die rein. Dann stelle ich sie kalt, bis ich nach Hause gehe. Und was ich da dann mitmache an der Auffangstation, das zeige ich euch später auch noch. Das könnt ihr natürlich bei euch zu Hause auch machen. Ganz einfach zeige ich euch. Und nochmal, nein, ich mache hier nicht extra die Fenster auf, um die Marienkäfer einzusammeln. Ich nehme immer nur die, die hier rumlaufen. Und eben, wenn ich lüften musste, die dann weiterhin hier auch drin bleiben. Ich tue nur die mitnehmen, die sonst hier drin sowieso sterben würden. Also legen wir mal los. In diese Box tue ich dann einfach immer so ein bisschen Papier rein oder auch Heu, wenn ich übrig habe. Hauptsache, dass sie dann nicht völlig nackt dann in der Box sind und sich ein bisschen verstecken können, bis sie mal nach Hause kommen. Das meinte ich vorhin, diese gelben Flecken hier, das ist kein Blut oder irgendwas von den Marienkäfern, sondern das ist dieses Sekret, was sie absetzen, wenn sie sich gegen Feinde wehren. In dem Fall denken sie, ich bin ein Feind. Sie wissen ja nicht, dass ich sie sozusagen an einen besseren Platz bringen will, wo nicht zu warm ist, wo sie weiterleben können. Ihr Lieben, das Video ist nun nicht zu Ende. Ich sammle jetzt noch hier in den anderen Räumen die restlichen Marienkäfer ein. Wir sehen uns gleich wieder bei mir zu Hause und dann zeige ich euch, wie ihr euch ganz einfach selbst so eine, ich nenne es jetzt mal Überwinterungsbox oder auch Auffangstationen für Marienkäfer bauen könnt. Und vor allem, was ihr den Kleinen so ein bisschen zu essen geben könnt für den Übergang. Es sind keine Läuse. So viel schon mal vorne weg. Bis gleich. Wir sind wieder bei mir zu Hause im Garten. Ich zeige euch jetzt, wie ich so eine Box hier mache. Ich habe ja schon eine, da gucken wir gleich auch nochmal rein. Aber hier haben wir jetzt nochmal eine Leere und ich zeige euch, wie ihr das auch zu Hause ganz einfach machen könnt, wenn ihr auch Marienkäfer aus dem Warm aktuell in der Jahreszeit in so einer Box tun wollt, nach draußen stellen wollt, dass die größere Überlebenschancen haben. Was ist das für eine Box? Ganz normal Holz, Naturholz, nicht irgendwie gestrichen, lasiert oder sonst was, also naturbelassen und, ich liebe den Geruch von Holz, ist wahrscheinlich Kiefer oder so, so ein Nadelholz, es riecht total lecker. Warte nochmal kurz, ich könnte mich da kaputt riechen. Also, ich habe ganz normale Holzbox mit Deckel, die hat hier auf jeder Seite so eine Öffnung, dass sie auch Luft kriegen und raus können, wenn sie wollen. Die habe ich bei Amazon gekauft, verlinke ich euch unten, das muss aber nicht die sein, könnte da jeder auch nehmen, da gibt es etliche. Also, wir nehmen die Box, dann nehmen wir, könnt ihr irgendwas nehmen, ich habe hier noch so einen offenen Sack, was ist denn das, das ist eigentlich für Nager und so, so ein Einstreu, das ist nichts anderes als Holzspäne, also grobe, sowas wie Rindenmulch und so, mit ein bisschen, ja, anderem Totholz und so, das packe ich einfach als Grundlage hier rein, so, dass der Boden schön bedeckt ist. Zack, dann nehme ich Heu, ihr könnt aber auch Laub, also sämtliches Zeug aus dem Garten, Laub, Totholz, irgendwelches Geäst, wichtig ist es nur, schaut, dass es trocken ist, es sollte nicht feucht sein. Das packen wir dann da auch rein. Ich mache das bei mir so, dass ich das alles so ein bisschen auf eine Seite schiebe, warum, zeige ich euch dann gleich noch, so, dass hier so ein bisschen Platz noch ist und dann sieht das Ganze so aus, kein Hexenwerk, ganz einfach, das war es auch schon und jetzt zeige ich euch, warum ich hier freigelassen habe und wir tun natürlich die Marienkäfer jetzt hier rein. Hier haben wir alle Marienkäfer, das sind ganz schön viele, man sieht es jetzt gerade nicht alle, die tun wir jetzt da rein. Der Sinn natürlich von dem ganzen Heu und dem Einstreuen so ist ja, dass es da drin ein bisschen wärmer ist, wenn jetzt wieder kalt wird, also es ist aktuell auch noch sehr kalt, so, hier draußen würden sie jetzt einfach kaputt gehen, wenn man da nichts macht und ich stelle sie dann eben wohin, wo es sehr geschützt ist und wo es auch ein bisschen wärmer ist, also nicht so ganz frostig wird. So, schaut mal. Wahnsinn, oder? Schon mal richtig viele. Klopfen wir jetzt hier vorsichtig ab. Upsa. So. Einer ist noch drin. Zack. So. Hier krabbeln sie auch schon nach und nach raus. Ups. Sack. Du auch. Du gehst nochmal rein. Allall. Also, warum habe ich hier Platz gelassen? Für das Futter. Und zwar habe ich ein bisschen Rosinen genommen, kleingeschnitten mit dem Messer, ein bisschen Wasser rein auf den Teller. Das stelle ich dann hier vorsichtig so an den Eingang, dass das nicht kippt, kann das dann hier stehen. Moment, da können wir noch ein bisschen was unterfüttern. Machen wir noch ein bisschen mehr Einstreu hier rein. Dann steht es auch gerade. So. 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 Dann haben wir hier eine kleine Futterstelle. Und das nehmen die auch an. Das weiß ich aus der anderen Box. Man sagt, man kann Zuckerwasser nehmen. Aber ich halte Rosinen irgendwie für natürlicher, besser. Und das hat ganz gut funktioniert bis jetzt. Jetzt brauchen wir noch einen Platz dafür. Als Standort habe ich mir diese Fläche hier ausgedacht. Und zwar ist das direkt diese weiße Wand hier hinten geht zu unserem Wohnzimmer. Da hinten ist ein Heizkörper. Natürlich ist es ein bisschen gedämmt, aber trotzdem kommt dann natürlich so ein klein wenig Wärme auch nach außen. Hat den Vorteil, wenn es starke Fröste gibt, würden die sonst verfrieren. Und da haben sie, wie gesagt, jetzt ihr Winterquartier plus so ein bisschen die abstrahlende Wärme vom Haus. Und das passt dann. So. Jetzt gucken wir uns mal die linke Box hier an. Links ist die ältere, die ich zuerst gemacht habe. Da seht ihr auch, da sind Marienkäfer drin, im Deckel teilweise. Da drin am Futter sitzt auch einer. Die sind natürlich jetzt nicht sehr aktiv. Die sind auch nicht tot. Das braucht ihr nicht denken. Natürlich manche sicherlich schon. Die überleben natürlich nicht alle. Beziehungsweise sortiere ich auch nicht immer aus. Ich nehme manchmal auch schon Tote mit. Wenn aber kalt ist, die sind dann wie in einer Stache. Da bewegen die sich nicht arg. Letztens war mal warm. Da war hier ein riesen Gewusel drin und der ganze Essensteller war voll. Haben sie schön gegessen. So. Nochmal die Box von eben. So. Sitzen sie auch teilweise schon im Deckel. Und ihr wisst ja, anhand der Öffnungen können sie, wie sie wollen, hier raus. Die müssen da nicht drin bleiben. Aber sie bleiben drin. Denn da drin haben sie schön warm, weil noch kalt ist. Machen wir mal wieder zu. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wenn es wärmer wird, was die Marienkäfer dann machen, wie sie sich verhalten, ob sie da erstmal drin bleiben, ob sie gleich abhauen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sie mal im Garten bleiben. Denn ihr wisst ja, Nützlinge, habe ich euch ja alles erklärt, die hat man natürlich gerne im Garten. Und ich mag die Marienkäfer wirklich sehr. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen, wenn ihr Läuse im Garten habt, bitte, also ihr dürft natürlich machen, was ihr wollt. Ich möchte da nicht über euch richten, aber vertraut mir, Marienkäfer erledigen den Shop auf ganz natürliche Art und Weise. Auch wenn es so aussieht, dass sie zu spät kommen, aber glaubt mir, die kommen nicht zu spät. Dieses Mittel gegen Blattläuse im Garten, man kann es sich wirklich sparen. Und wenn ihr gar keine Marienkäfer im Garten habt, dann könnt ihr, wie gesagt, solche Nützlinge auch bestellen. Und es ist doch auch schön, diese Tiere im Garten zu haben. Ihr wisst ja, sie bringen Glück. Und Glück kann natürlich jeder gebrauchen. Meine Freunde, das war es mit diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Das hilft mir als YouTuber sehr weiter. Und schreibt auch ordentlich was in die Kommentare. Das ist auch immer super für den YouTube-Algorithmus, dass ich auch ein bisschen eine Chance habe, nach oben zu kommen. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer Jonas.